Wolf Fuss und Frank Buschmann begrüßen Sie herzlich hier im Stadion, liebe Zuschauer, gleich geht's los. Und wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Spiel. Und heute erwartet uns die Partie Greuther Fürth gegen den SV Sandhausen. Sie stehen, was die taktische Marschroute angeht, immer enorm tiefbuschig, auch heute wieder. Ja, es geht einfach eher ums Tore verhindern als ums Tore schießen, das ist eine sehr vorsichtig ausgedrückt defensive Ausrichtung. Schießrichter heute ist Heiner Schnitti. Und jetzt geht's los. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie gehen es offensiv an, 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht, aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Die Defensive steht. Omladic. Kudovic. Dennis Linsmeier. Das könnte gefährlich werden. Roten. Da kommt die Flanke. Da können sie erstmal klären. Das gibt Ecke. Ecke kommt rein. Immer noch gefährlich. Paccarada. Die Flanke bleibt hängen. Jetzt müssen sie aufpassen. Da passt er auf. Dennis Linsmeier. Dackfuß. Das könnte der Gelegenheit werden. Dackfuß. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Green. Daniel Käter-Ruhl. Jetzt könnte es gefährlich werden. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Kudovic. Stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Defensiv machen sie es gut. Chance erst mal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Paccarada. Wird das eine Torchance. Dackfuß. Da geht die Fahne hoch. Und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Daniel Käter-Ruhl. Jetzt wird es gefährlich. Klasse Aktion. Ball ist weg. Dackfuß. 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 So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Green. Wird es jetzt gefährlich. Super dazwischen gegangen. Dackfuß. Leventajcik. Omladic. Gibt es jetzt die Gelegenheit. Pass auf die Außenbahn. Ball kommt flach. Ja, gute Hereingabe. Was machen sie draus? Dackfuß. Deniz Linsmeier. Gislason. Mit dem Ball am Fuß. Richtung gegnerisches Tor. Leventajcik. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Wittek. Leventajcik. Ein guter Doppelpass. Ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel. Und jetzt wird es Einwurf geben. Dackfuß. Gute Aktion. Das könnte gefährlich werden. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus? Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Das gibt jetzt Abstoß. Jetzt müssen sie aufpassen. Leventajcik. Dackfuß. Kulowicz. Klasse Zuspiel. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Und hier wird es jetzt zwei Minuten Nachspielzeit geben. Klingmann. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da verlieren sie den Ball. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Also das waren mal lange, 45 Minuten. Oh ja, wenig Erfreuliches bis hierhin. Kaum Torchancen, keine Treffer. Das einzig Gute, es kann nur besser werden. Die zweite Hälfte läuft und jetzt hoffen wir mal auf mehr Spannung, Buschi. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Beide Teams nicht wirklich drin im Spiel bisher. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da holt er den Ball zurück. Green. Ganz geduldig machen sie das hier. Lassen den Ball schön laufen. Und direkt zurückgespielt. Daniel Keter-Ruhl. Roten. Omladic. Gut den Ball verteidigt. Wird das eine Torchance? Da steht die Abwehr sicher. Dennis Lenzmaier. Das hat er gut gesehen. Handspiel. Das geht in Ordnung. Eindeutig mit der Hand dran. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können. Aber jetzt ist der Ball weg. Klasse Technik. Omladic. Alles offen. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Levenday-Check. Das könnte die Chance werden. Green. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und da gibt er Vorder. Und er pfeift. Freistoß. Der Trainer wird wechseln. Er versucht's. Das ist noch gefährlich. Das wird ein Eckball geben. Das macht richtig Spaß. Das sind große Momente für jeden Keeper. Klasse gehalten. Tolle Aktion. Die Ecke. Er zieht ab. Ball kam gut. Aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Wird's jetzt gefährlich. Ganz energisch. Fängt diesen Ball ab. Abgepfiffen. Es gibt Freistoß. Den Ball hat er mit der Hand gespielt. Richtige Entscheidung. Der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Er überzeugt heute als Passgeber. Abgefangen. Gut gemacht. Klingmann. Jetzt mit klasse Pass. Daniel Käter-Ruhl. Ball ist schon wieder weg. Gut gemacht. Omladic. Super Einsatz. Er holt den Ball. Dachfuß. Omladic. Green. Jetzt wird's gefährlich. Hereingabe jetzt. So. Die letzten 15 Minuten jetzt. Green. Der Ball ist weg. Und jetzt könnte der Gegner angreifen. Pacarada. Das könnte gefährlich werden. Spielt den Ball direkt zurück. Pacarada. Und er gewinnt den Zweikampf. Da ist die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Kulowicz. Die Möglichkeit zu flanken. Ah, der war mehr drin. Den spielt er wieder zurück. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Gute Chance. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Das könnte die Chance werden. Green. Chance lebt noch. Wird das seine Torchance? Da kann er ihn stoppen. Klingmann. Kulowicz. Zwei Minuten werden nachgespielt. Jetzt könnte's gefährlich werden. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Abgefälscht. Und daher bekommen sie einen Eckstoß. Passiert hier doch noch was. Und jetzt wollen sie wechseln. Ecke kommt rein. Da kommt der Kopfball. Aber gehalten vom Torhüter. Und er bewahrt sie hier vor dem Rückstand. Was für eine klasse Parade. 90 Minuten sind vorbei. Es steht unentschieden. Er versucht's. Das ist noch gefährlich. Das könnte die Chance werden. Green. Chance lebt noch. Es steht eine Unternehmung. Das ist ein Ballakt.